ARD Text im Auftrag von Funk Wird hier doch einmal eingehoben Es ist auch falsch, Klasse Nachteil an so einer Schaufel ist präziser arbeiten funktionieren echt schlecht Gut, haben wir zwar noch besser Hier wird dann später mal einen Weg hintergehen Hier wird einer langgehen Obwohl, ich kann den dann genau hier langlaufen lassen Und hier wird er herangehen Tadaaam Warte mal Wasser 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 Und hier fehlt mir noch eine So Äh, brauche ich jetzt Kies Und Eimer Kies und Eimer Da 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 ein bisschen Kies So, jetzt soll ich das doch sein Pone gewinsen Da ist schon mal genau gar nichts drin Da wir ein bisschen Kies, das war es dann auch schon Eisen könnte ich mir jetzt mit dem Eisen könnte ich mir einmal machen, sehe ich aber gerade. So, warte mal ganz kurz ab, super, mach ich mir schnell einmal, guter Da kann das lustige Spiel beginnen, leider haben wir leider nicht genug Kies, aber ich glaube, das werde ich verkraften und selbst wenn, ich kann einmal gucken, ob ich eventuell unter Umständen hier noch Kies habe. Überall diese Hühner, wie sollen wir zu Hause? Ne, aber einmal habe ich ohne Ende, aber auch mit Ende. Die wisst aber auch genau, dass ich sie schlagen möchte, die ist dumm. Hühner. So. Hier noch ein bisschen was hin und go und go und go und go und go. So, jetzt die letzte hier noch. Jetzt die andere Seite. Hopp und hopp und hopp. Ich glaube sogar, dass wir das Wasser bis zum Kies gezogen haben, aber es ist ja kein Moment, da kann ich dann einfach die Erde wegmachen. Oh ne, wir haben Steine mal draufgezimmern und alles da. Genau. Habe ich aber gerade keine dabei. Deswegen gestaltet sich das recht schlecht. Schon wieder Nacht oder was? Ich habe gerade angefangen. Ich fühle mich verarscht. Ich hätte schon wieder pennen. Ich kann eigentlich auch hier pennen gehen. Das ist wesentlich schneller. Später kann man ja vielleicht chaotten oder sowas oder Möhren drauf basteln, dass wir Möhren vielleicht wegen dem Schwein. Eieiei. So. So. Gute Nacht. Gute Nacht. So. Dauerspiel. Dablettenspieler sind übrigens Dauer an. Das ist Stromsparent, nennt man das. Der Minecraft Strom nicht aus der Nase von den Schweingewinne. So. Da ist mir die Axt zerlegt. Da habe ich den Baum zersägt, aber er hat mir die Axt zerlegt. Das hätte keinen tiefen Sinn gehabt, damit man mit Äxten ja nicht sägen kann, aber so in der Tat war das. tutto. Da ist ein Werbungen gesehen. Bis zur Nähe. der Nachbarn ist schon wiederher . Soooo schmiede kaputt dann muss ich halt was anderes machen also wie eine andere achste kraften spitzhacke feldhacke spitze feldhacke spitze feldhacke spitze feldachst die spitze feldachstschaufel sitzt eine fliege auf meiner hand verschwindet fliege macht die fliege so zu sagen macht die flüge oder war die hier trolle das ist auf jeden fall genug blume so dann gehen wir uns mal wieder auf den weg zum feld machen das feld noch schnell fertig dann begebe ich auch mal zur aufnahme und pause weil ich muss auch noch weg das ist sind zwei lustige tage für mich ich muss jeden tag unterwegs sein und da muss auch eben mal 20 folgen muss gestehen ich habe keinen bock buchstocks aufzunehmen momentan die fliege ne? Kleinen Moment. Natürlich ist hier entkommen. Schalt Krieger. So. Ich zieh schon wieder auf meinen Arm. Ich glaub's nicht, aber ich hab irgendwas mit mir. Es tut mir leid, ich bin nicht am Fliegen interessiert. Ich bin nicht. Stehst du nicht am Fliegen? Ich finde das ja seltsam. Ich weiß, meine Kinder. Ich weiß. Okay. Jetzt hier noch. Ich hab doch einen Fehler reingebauten. Ich wusste es doch. Ohne Fehler geht einfach nicht. Na egal. Es wird schon jemanden auffallen. So, da ist die zweite kaputt gegangen und dann haben wir noch zwei dabei. Na komm, Fettchen, hör auf. Ja, mach's niemanden erzählen. Okay. Es sind auf einen Start ziemlich viele neue Felder hinzugekommen. Hier wird dann wahrscheinlich so eine Art Weg oder sowas noch reinkommen, wo man hier langlaufen kann. Also wollte ich das bei Kies. Kies, 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 Kies. Habe ich wahrscheinlich gar keinen, wir werden wahrscheinlich besorgen müssen. Hier ist alles verbläsbar wie immer meine lieben Freunde, dann hoffen wir auch Kies, machen das Feld fertig, tun es bestellen und dann, ja, hoffen wir, das ist schnell abgehandelt. Tschüss. Tschüss.